Musik Sensationeller Schreunenfund fürs Museum. Nach langem Bietergefecht konnte in die stadthistorischen Sammlungen des Museums ein Fahrzeug der Autowerke Salzgitter AWS aufgenommen werden. Das ersteigerte Auto hatte am 21. März 1950 die Werksteilen in Salzgitter verlassen. Das Auto stand dann in den vergangenen Jahrzehnten in einer Scheune. Es wird nun in den nächsten Monaten von Mitarbeitern der Museumswerkstatt überholt und restauriert. Ergänzend zum Abfallkalender bieten die städtischen Regiebetriebe auch die kostenlose App mymüll.de an. Die App erinnert den Smartphone-Besitzer pünktlich an den Abfuhrtermin. Sie hat zusätzlich einen Standortfinder für Wertstoffcontainer, Hundekotbeutelstationen und Recyclinghöfe mit Adressen und Öffnungszeiten. Ab sofort läuft der Kartenvorverkauf für den Kultursommer 2018. Der Kultursommer in Salzgitter ist eine traditionsreiche und beliebte Veranstaltung vor einer beeindruckenden Freiluftkulisse, für die der Fachdienstkultur ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt hat. Noch kein Weihnachtsgeschenk? Da haben wir was für Sie. Mit dem neuen Jahreskalender holen Sie sich fürs nächste Jahr zwölf neue Perspektiven Salzgitters nach Hause. Der Kalender Salzgitter 2018 kann zum Preis von 10 Euro erworben werden. Kultursommer Kultursommer Kultursommer